Ja, willkommen zurück in den unteren Etagen. Oh ne, ich gehe aus. Ja, da sind die Kabel. So, aber wenn wir da hinten rein müssen? Wir brauchen Strom. Wisst ihr, was hier los ist, wenn wir hier einen Generator starten? Dann ist hier aber die Kacke am Dampfen. Können wir das gar nicht von innen aufmachen? Die haben nicht mal einen Notöffner. Oh je. Stromziele. Können man später auch den Strom bezahlen können. Ah, da ist der Dsd. Nee, 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 nee. Kommen wir kurz zu der Werkbank. Munition für den Flammenwerfer. Schrauben, schrauben. So, mal gucken, was können wir da noch so schönes verbessern? Vielleicht den Flammenwerfer? Nee, da schraubt sie nicht dran rum. Gut, aber wir haben genug. Brauchen wir da noch ein Zielfernrohr für das Ding hier? Vielleicht wäre es nicht, aber... Vielleicht dann doch lieber für das Ding. Nachladegeschwindigkeit wäre auch nicht schlicht. Ich glaube hierfür finden wir mehr Mutation, oder? Machen wir da mal ein Zielfernrohr an. So, wir schrauben. Haben wir jetzt noch vier, oder? Habe ich das richtig gesehen? Ja, ganze vier Schrauben. Na gut. So, durchgeladen. Der hat nichts mehr, das war noch. Und? Waffe wechseln. Ja. Nachladen. So, besser als nix. Na dann, ich glaube, den hier müssen wir anmachen. Gleich ist hier die Hölle los. Ich glaube, das war mein Ding hier. So, so, zurück. Oh, das ist noch Schrauben. Hier reiche aber nicht was Neues. So. Hier steht noch da... Wie, kein Strom. Ich habe doch gerade Strom angemacht. Ich hoffe, sie hat den Stromumkehrer nicht vergessen. So, da ist ja mein Strom. Und von oben. Okay. Hier. Wurde ich quietschen dann gleich. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Ah, so viel zu... Waren das etwa alle? Was sind die scheißmedizinischen Vorräte? Alter, hier. Ah, nee, das ist immer noch Recovery. Ich bin davon dran vorbeigekommen. Gut, hier haben wir jetzt, glaube ich, erstmal Ruhe. Aber da hinten, in einer anderen Tür, wo wir nicht reingekommen sind, war keine Stromer. Da hat zu dollop hinter gegrunzt. Ah, scheiße. Echt mal! Zwei Messer. Jetzt kommen die da auch noch rausgelöpft, da müssen wir echt drauf achten. Ah, der kommt wohl nicht rausgelöpft. Ah, hier ist Supplies. Perfekt. Hier werden wir doch auch was drinnen finden, oder? Gut, zumindest für uns ein bisschen was. Ich weiß nicht, die Dinger haben einen Griff. Mach's doch einfach auf. Das schließt einfach nicht. An die Kühlschränke gucken wir lieber nicht. Na, kommt da auch wieder was raus? Mal sehen, was hier ist. Oh! Verdammter Mist! Das gibt's doch nicht. Das haben wir sehr leise geschafft. Sie ist sehr leise. Elegant und leise. Moment mal. Die, 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 die Tür da. War die nicht vorhin noch zu? Toll, ich seh auch so viel, ja. Scheiße, was da drin ist. Ach, okay. Was ist denn da drin gewachsen? Da ist es lang. Okay, ich weiß, wo ich nicht lang will. Hier geht's normalerweise nicht lang, oder? Wir müssen da lang. Oh, Mann. War zu mir. Auf jeden Fall ist anscheinend, äh... Der Weg zum, äh... Parkhaus offen. Scheiße, wer war das? Also, es war auf jeden Fall kein Mensch mehr. Ah, keine Panik. Wohl das Zeug und nichts, wie heraus hier. Polizei, Auto. Nein, das ist ein Schuss. Der ist da lang. Da steht der Krankenwagen bestimmt da. Ich geh mal in die andere Richtung. Tier Jeep. Mal halb auf die Tür. Da ist ein Krankenwagen. Ich hab' einen Krankenwagen gefunden. Die Blutspur führt ihn in andere Richtung. Also, hier lang. Ich hab' einen drittenen... Okay, das ist... Oh. Oh, okay. Noch lauter geht's nicht, oder? Warum habe ich das Gefühl, dass das nichts wird? Oh, der ist jetzt. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Was ist das denn? Oh, scheiße. Oh. 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 Oh, scheiße, ich habe balloonen. Oh, Herr. Ich hab mehr Zeit. Oh, Herr. Oh. Oh, Herr. Oh. Oh, Herr. Oh. Schnell weg! Geht sie lang? Ach was, verdammt was? Oh, das ist mir so auf den Kopf gefallen, das ist ein Glück. Ah, wie schwitzt. Oh ja, muss das verändern! Ach, bonnet halte ich den Paus, oder was? Oh, was ist das? Der Hölle soll ich dich töten? Der Hölle soll ich dich töten? Oh! So nicht! Was ist denn hier, was weitergeht? Ja. 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 Oh, das war's, das war's, du hast. Ich will was von Exit Oh, nee, oder? Leck mich! Leck mich, Gott! Ich hab keine Ahnung, wo wir hin werden. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin. Haha, ich hab keine Ahnung. Was? Oh, Scheiße. Aah! Die Supplies da lagen. Ich bin schon überhergekommen. Wo kommen wir da nicht durch? Ach du Scheiße. Hilfe! Nein! Nein! Was ist denn hier der Ausgang? Exit da lagen? Ja, der hilft mir aber nicht Exit. Was ist das? Was ist denn zu? Überall zu. Was ist denn? Was ist denn zu? Was ist jetzt drauf? Ich dachte, geh mal drauf. Ich hab nämlich... ...über geschnitten. Wir haben nicht genug... ...Feuerkraft. Ich mach dich. Es wurde wettet. Ich mach die Mose. Du hast entschieden, wiederum Es. Er wurde nicht eingegangen. Ja, ich zeigte sie. Das wird eingegangen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das geht nicht. Ja, jetzt eine Wolke. Das ist viel zu groß. Ich weiß es nicht. 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 Was? Was? Hat der noch mal mit dir zuhlt, oder? Oh! 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 Gott, den ist getroffen! Ganz ehrlich, das war purer Frust. Purer Frust. Das hätte nicht sein müssen. Wer hat sich diesen Scheiß ausgedacht? Ah, war das jetzt der Endboss? Ist das Spiel jetzt vorbei? So viel hat es sich angefühlt. Ganz ehrlich, das ist so was hasse ich mein Spiel, wenn am Ende immer so was gemacht wird. So, aber ist vorbei. So, das müssen wir uns mal hier durchgucken. Den lassen wir mal. Dafür haben wir keinen Angst. Dafür haben wir Munition. Na, nicht mit dem anderen Vieh. Aber das Vieh haben wir irgendwie erledigt. Vielleicht hätten wir überhaupt einen Stein bewerten sollen. Vielleicht wäre das ein Patient da gewesen. Ja. Genau, wir wollen irgendwie da raus. Ja, ist ja eigentlich der Ausgang. Kann ich mal so ein Kreis kommen, um gleich eine Zeit gerade zu gucken. Es lebt noch. Ist das also noch nicht zu Ende, oder was? Was ist zum Sammeln? Munition vielleicht? Nein. Ah. Das ist jetzt auch wieder so frustig. Ah, ich weiß es nicht. Nee, kommt. Ich muss mich mal beruhigen. Ich hasse solche Fristszenen in Spielen. Und verfolgen tun wir das Ding in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020